Ich habe für Sie eine kleine Überraschung, weil wir hier rechts neben mir stehen. Mir wurde gerade vorgestellt, dass der Kalle Dürr, der Heimler-Abbusslerkunde, würde ich vielleicht kennen. Die MSB Deutsche Meisterschaft MX-Wide 2016 hier im Twizel. Die MSB Deutsche Meisterschaft MX-Wide 2016 hier im Twizel. Die MSB Deutsche Meisterschaft MX-Wide 2016 hier im Twizel. Hier kommt der führende Uphai Kawasaki. Und dann noch spannend hier im Twizel. Spannend hier im Twizel. Spannend hier im Twizel. Das war's. Mit seinen 70 plus X ist er hier aktiv, den Turbo, die Kratze und mal ganz einfach die Fahrerkalle, sein Mann. Jetzt fährt er als letztes hinterher. Oh ja. Vorwiegen daher jetzt jetzt auch. Untertitelung. BR 2018 Das war ein wirklicher Aster. So, wer ist Aster? Ja, wird mal. Oh, schmankt hier. Das ist die Runde. Und dann nur zwei Meter. So, nochmal spannend hier. Platz zwei. Oh, Robert noch von Linker. Jetzt kommt der Angriff. Und... Eil. Oh, mach! Oh, mach! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der fliegende Holländer Der fliegende Holländer